Hey ihr Höhlenmenschen da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Spielmodus auf der Hive. Der nennt sich, wie nennt sich der denn? Der nennt sich Block Party. Also da geht's darum, es wird Musik gespielt und sobald die Musik stoppt, musst du auf den Block gehen, der oben angezeigt wird, beziehungsweise in dein Inventar. Seht ihr jetzt? Cray, okay. Nein, Türen. Ich bin oben. Yeah. Und mit dabei ist heute wieder der Boomstock. Hallo. Hallo. Red. Yeah, yeah. Der Dancefloor. Und weiter geht's. Also ich finde das Spiel richtig cool. Oh, oh. Und? Light Grey. Oh, das sind schon wieder ein paar gestorben. Oh, bin ich richtig? Purple? Ich hoff's. Nein! Nein, ich bin tot. Es war nicht Purple. Yellow. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Ich meine, dieses Spiel, da muss man ja nicht gewinnen, sondern das ist einfach nur Spaß und wir sehen uns jetzt. Bis gleich. So, und weiter geht's. Mal gucken. Oh, wo ist die braun? Wo ist die braun? Hier. 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 Oh, yeah. Oh, das sind einige gestorben. Hm? So. Hier. Ich bin auf dem Merchbenging-Block. Ja. Hallo. Hallo. Stopp. Also ich finde das Spielmodus richtig cool. Ich habe den jetzt sonst noch nirgendwo gesehen. Pink. Pink. Ich hoffe, ich bin jetzt auf pink. Das ist nicht red, oder? Oh, yeah. Weiter geht's. Nein. Wo ist das denn? Es sind jetzt einfach mal alle gestorben? Nee, es leben noch ein paar. Okay. Leute, das soll jetzt kein Spiel sein, wo man jetzt so die Stars richtig gute Highscores weiß, sondern es ist einfach nur als Fun. Wir sehen uns deswegen in der dritten Runde. Okay. Und los geht's. Wo ist grau? Wow. Light blue. Also die Farben erkennt man hier teilweise extrem schlecht. So. Weiter geht's. Yeah. Yeah. Hier sind einige aber jetzt gestorben. Weiter geht's. Okay. Zuhören. Nein. Davon. Muuu. Okay, Leute. Ich bin... Also ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Ich hoffe, das Video wird mir jetzt nicht von der GEMA gesperrt. Ich weiß nämlich nicht, ob das hier von der GEMA überhaupt hier gesperrt werden kann, weil die nutzen sicher Musik, die copyrightfrei ist. Auf jeden Fall möchte ich sagen, ähm, danke für alles. Und das... Ich weiß, das war jetzt ein behindertes Video, aber ich dachte mir so, das ist jetzt einfach so ein YOLO-Video. Ich stelle euch einfach hier einfach nur dieses... diesen Spielmodus kurz vor und es macht Fun hier so ein bisschen mit Musik und Dancefloor und so quasi. Und dann... Und dann gehen wir einfach so auf einen Floor drauf. Ich finde das richtig cool. Also... Ich finde das... Ich finde das so mal ein bisschen was anderes. Und dann mit der Musik und so finde ich cool. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung nach oben freuen. Ach, eine Bewertung nach oben. Ich meine einen Daumen nach oben. Über eine positive Bewertung und konstruktive Kritik in die Kommentare. Dafür bin ich immer offen. Und ja, ich würde damit sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Boomstocki. Tschüss. Boomstock mein ich. Tschüss.